ok es geht heute was willst du sagen erst mal du hast dir ein paar angesehen besten schon war das jetzt nur meine unsere beiden ja nein es hat sich so angehört oh man das war das schlimmste ich glaube da werden die meisten so lachen ja das hat nicht gelohnt die ganze Zeit wenn du Tami wieder sagst ich dachte die Part heute ja hoch sagt ihr gesagt hier guckt ihr den Partner an diese Stelle das ist zu lustig nein habe ich nach hinten gleich gleich muss darauf drücken nein nicht jetzt sofort weiß warum guckt jetzt das habe ich gesehen hätte mir das zuerst machen ich mach mal einfach den Wandsprung bei ihm stimmt eigentlich warum nicht einfach Wandsprung dummer Gumba ein Klaber steigt oder weiß ich nicht irgendwie das so aus so einfach ne trotzdem wieder gestorben ich schalte es gleich weg ging das denn gerade hätte ich das nochmal gemacht ja ja waaaaja es war 뭐야 aberático fuck du hast eher in班 wehe wehe handed man kann montier also ich weiß nicht von mir okay warte warte ich will ich kann nicht mehr ich kann nicht mehr speichern ja ok wir sehen uns gleich wieder okay willkommen wir wollen ja in die welt 7 dafür müsste man da wohl gerade muss lieber ein zufallsblock wo man aussuchen konnte zwischen pilz und alles mögliche einen kleinen pilz also micro bekommen für den antwort man muss auch wieder in kleinformat besiegen ja das ist die hauptaufgabe in den kleinformat zu besiegen zu hier nicht ja gleich mache ich auch immer gleich ins nächste damit wir diese ganze kann ich noch mal machen müssen er gleich was macht statt macht ein start er muss langsam aufstehen ja okay gleich sehen uns wieder er kommt schuldigen und er macht jetzt auf platz und du gehst direkt zu ihm ist ja wirklich so ein dumm kopf deshalb viel leichter als andere was machst du kannst du ihn durch das ist alles gesehen das ist echt ein dumm kopf aber hat gesehen ja er war da noch sagen ich hätte ich das nicht so dumm kopf ich habe mit einem versuch geht doch mhm fällt sieben die denn 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 speichern schade ne gemacht in reich zu das ist ein riesen bis muss ich weiß nur er hat für mich es ist ein paar Wettbewerbs weil wir heute waren die Wissen so dass es von mir kommen der Mann hat er dann auch gehört Pils nicht aber hier ja bis ich in der Mitte der Mini das sie besser gucken gut ich wusste nicht so aber nicht mit klein nicht mehr so wie mit Kupfer das ist nicht offen zu tun erländen nicht guter und in den Dönden 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 Blum wieso holen wenn man da wenn er nur Münzen drin sind ah ich habe wenigstens noch so ein ding dahin aber ich weiß nicht wie umgekehrt nein ich glaube nicht also dass da von rechts einer kommt stimmt das ist nun mal ich mache es ein bisschen dumm oder irgendwie wusste ich dass es nicht kann das wäre schwer sagen so ein leben ich höre ich höre wieder mal schaute glaube ich die seite jetzt werde ich niemals vergessen warum so langsam das ging so langsam stimmt das ist nicht gut ich weiß jetzt nicht ob ich für den anderen geht nicht wenn ich weiß ich glaube ich gehe wieder zurück glaube ich der dritte noch nicht woran ich ein übersehen ich weiß es nicht egal ist nicht schlimm oder links aber zweit mal kann man das sowieso noch mal hier durch das war echt perfekt gekauft das ist eh hier nicht so schön und hier nimmt man bis zum ziel noch keine faxen muss die nein die nerven aber hier ich bin so gut dass ich ein überschrungen aha wenn ihr jetzt stirbst es geht doch sogar bis 8000 oh mein gott dass wir das vor bringen diese punkte dort und was ja ich glaube ab einem immer so 10.000 100.000 je nachdem was er jetzt kann ist die buchten und dann mit den grüßen sich in die die führten gibt es doch die zwei drei vier fünf in die sängen acht oder so musik ist immer so leise nachher im weit gut ich bin das wusste ich schon ich weiß was ich weiß und ähm rechtlich hast du die also links ist mpd rechts der mpd hat noch mal durchstechen politik das nicht schlafen ist doch vorher die auch gesagt längst bis hin ich weiß nicht ich habe es nicht so war die mann muss du bist du bist du bist dran du bist dran ein masterhand von ms ich weiß aber warum sind sie da kann ich nicht an ich habe angst ich stehe ich nicht gleich auf den kopf zu können stecken finger in den arsch oder in ohr und stecken finger in den ohr das sollte man nichts ähm blähung warte wiii ja so wiii 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 achte man muss sie es kann auch noch noch warte war schon okay jetzt mal unten links ähm das ist die hunde wenn du wegkost und gucken die kreifen die erst an kreifen kreifen okay du musst noch mal machen du musst dir in deine ecke ok perfekt ich muss einfach in der richtung gucken ganze zeit diese geräusche von denen ich weiß dass wir so einen blumen ist deswegen egal ok unten rechts ich habe schon da oben oben am schluss nein 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 weil ich sagen wir auch irgendwas da da hier du musst du sollst hier machen sich ja ja mach mal jetzt hoch springen sage ich doch ich kann auch einfach eine wort sich glauben habe ich auch nicht gesagt glück gehabt das hätte mich irgendein an alt ist ja ich mich auch immer früh nach rechts gegangen als rechts aber rechts war auch der richtige weg geht doch nichts was ist das richtige da muss noch mal rechst du musst noch mal einfach durch die tür was passiert wenn man einfach durch die tür geht dann kommt man wieder wollen dass ich das nur glaube ich für münze das zeige ich mir auf einen ort da jetzt weißt du das lebt ja jetzt ausprobiert muss einfach noch mal verdammt noch mal verdammt noch mal ich war zu langsam war ja da war so langsam noch mal noch pecher noch pecher geht es nicht nach ringer ist egal das nächste mal müsste dann hier zwei suchen ja das wird nicht wie einfach noch um was wir wissen es nicht der flecke wieder nach wieder spielen egal ja es ist ja schön ja was geil ein thema reo welt das kommt jetzt okay aha das so das hängt davon wie das längst oder stirbt alle kannst du willst du dann was ist nicht egal ich war das was das versinkt oder immer ja ja immer bitte verdammt ich schon aber das ist so was ist nervig das dauert immer lange hallo ich dachte jetzt mal wirklich dass du es nicht bekommst ich bin ich bin italienische ich bin cool was ich bin cool hallo ich habe noch mal da war bestimmt leben ja aber egal wo es ja mädchen wo kann das sein die münzen ich kann es nicht irgendwie nicht vergessen daran denken muss ich schon lachen weil der eine seite zauber ich kann es nicht ich kann es nicht ich habe verstanden was ich gesagt habe ich habe gesagt warum hast du gesagt aha oh nein ich denke ich brauche sie noch warte wie kommst du da nein so aha gut gemacht ja darauf wäre auch wieder an das ist gerade was das ist gerade was gemacht ich möchte nicht ey komm mal guck mal na 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 ich bin nicht okay sag ich doch ich bin fest ich glaube an dich ich glaube an dich und du aber gab es einen opening glaub ich das ja das für Pokémon ich glaube an dich und dann glaub ich sag ich Pokémon aha hab ich doch was zu rufen so eine mystische Musik hier jetzt wieder acht warte mal wie viele gibt es da eigentlich nur weiß ich kann mir gleich gucken also ich nehme zuerst den und dann den und dann den und dann den und dann den das ist ein rekord ich warte ich davor zuschauer schreibt man sich davor wenn sie es gemerkt haben ich hatte 15 also einer hat das hast du elf stück bekommen also 15 leben hatte ich da ja ich habe zwölf das kann jetzt überbieten du kannst nicht wirklich oder so ähnlich ich habe gehört sie wie die musik hier langsam ich kann gewinnen ich kann man ja komm ich dachte das gewinnt ja ich hatte also das heißt gewinnt dass sie ihn so weit sehen so gerne denn was auf die blume du kannst nicht auf die blume dieser leise du kannst die blume reiten 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 du bist gleich bei der helft und keine münze bist ja doch warte jetzt oh mann nur wegen die münzen denn dann wieso kannst du das und ich nicht mann totale kumpas die in die richtung kommt was ist denn jetzt zu haben hast du so viele münzen sammelst oder wie verdammt nochmal verdammt nochmal ok ich habe nicht mehr ich muss es davon nehmen oh ich glaube ich sollte weiter nach vorne gehen ja ich glaube schon ja wir wissen es wenigstens scheiß drauf du hast genügend leben ok warte warum passiert immer sowas kannst du es halt komm mach einfach okay mach einfach mach einfach nein damik wusste irgendwie dachte ich so und sage ich ich meinte davor die wir zu facebook rein ich denke ich denke deswegen denke ich gerade so meine mutter jetzt wartet mal da ist es rausgestanden egal ich habe auch gesagt es geht weiter ich verstehe nicht was die bei facebook machen würde ich verstehe es nicht mehr so liebe fotos ich will Fotos rein tun also was für Fotos denn was für sie dürfen hast du gesehen ja aber du kannst nichts darüber machen dann ist das das obere Seite von dem da was du meintest ja stimmt sag ich doch geht immer zu zahlen ist easy nein nein die ist richtig mann digger übertreib ich will erst mal sehen wie es aussieht das geht so langsam entscheid dich mal wie kann man so wie Pech haben ich wollte ich wollte so ein baby hast du gerade süß gesagt nein ich habe was gesagt du bist nicht süß ne ich habe in diesem Momentosh und alle j어가 ich Mais hör auf jetzt oh ich kann es auch nutrients du hast in dem moment gegrinst warum hast du gegrinst mein guter so was er auch damit immer eine falsche mitte auf der sorge tos aber denkst du ich weiß auch nicht was ich gesagt habe nein 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 weiß was ich letztes mit jemandem gemacht habe also geschrieben alle vokale nur mit un mit alle vokale rauslassen und stattdessen urm ersetzen also kein aber dann wie hat euch unterhalten verdammt ganz verstanden echt jetzt ja warte mal mann das ist bei mir so weil ich gut bin nein weiß nicht was ich meine ich kann mir die richtig explodieren lassen das war knapp deine mütze habe ich schon mhm aha aha warte das war verdammt noch mal knapp falsche seite egal was sind doch nicht egal ich wollte so machen du wolltest dich bücken du wolltest dich bücken du wolltest was von den händen bekommen also mario das war das alles auf der andere weise siehst das ist zugesehen das ist ja warum hast du machen dann gesagt ja warum meine ich aber du denkst ich habe dich gemeint einfach zu schluss ich habe nichts gesagt ich weiß also das ist das problem du sagst mir nichts ich weiß ich weiß schon ich weiß schon ich weiß schon aha ich bin in den händen noch mal die ganze hoch dann fehlt es blumen meines ja warte 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 ja ich habe aber da oben hängen einmal da bleibt einmal da oben hängen könnte sein denn welche nun geschwimmen wird mhm ok irgendwas ist ja faul übertreiben die mann ist irgendwie unfähig hier also ich kenne mich gerne nach vorne machen das haben wir so angsteinfüßend nervös scheu scheiße was wollen die jetzt verdammte scheiße noch mal start